Alles, was in Pakete passt, hat der Postbeamte zu Hause gehortet. Darunter Mobiltelefone, Zigaretten und Kaffee. Der Fall ist aufgeflogen, weil immer wieder Pakete aus dem Verteilerzentrum Neudörfel nicht bei den Empfängern angekommen sind. Gestern hat die Polizei den diebischen Postbeamten gestellt. In seinem Fahrzeug und in seiner Wohnung in Wiener Neustadt ist Diebesgut gefunden worden, teilweise noch original verpackt. Der 54-Jährige hat gestanden, seit 2020 wöchentlich zwei bis drei Pakete abgezweigt zu haben. Unterstützung bei den Aktionen hatte der Mann von seiner 42-jährigen Lebensgefährtin. Die beiden wurden angezeigt.